Meine Frau Schuhe, meine Damen und Herren, wir haben hier den ex-beschüttelnden Rundfunk. Wir sind der Bulle, der Elbe-Gastag, und wir haben hier den Ausstatt in der Rundfunk. Herr Gönnitz, Herr Gönnitz, Herr Schäuhe, Sie sind auch dabei, Sie gehen zu Nachhinein und Sie kollektieren. Wir gehen nicht mehr auf, aber auf! Hey, gut, lieber runter, los! Kumpelman 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 Keine Ahnung, das ist schon nötig. Das ist schon nötig. Mann, das ist... So provoziert man Massenpaniken, ne? Also, es ist der Hammer. Das ist... Was? ... 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 Oh ja, oh oh. Ja, 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 bitte. Ihr Scheiße da! Ey, ihr Scheiße da, Mann! Du Fritze! Hör die Fresse! Du Fritze! Hör die Fresse! Die Polizei geht weiter hin! Den Forderstrasser werden das Chinkrie einsetzt! Nach Hause, bei 9,000. Nach Hause, bei 9,000. Und dann passen wir die Runde. Wir haben auch Reinkangstrommel. So, hier in die Krimbe. Und er hat mich mit 3.0. Boba, dem ich weiß, dass der Fluss ist. Die Fluss ist wirklich falsch. Wie geht es mir vor? Jetzt geht es mir von Dos. Aber es wird von 2.0. MDR, in der Fluss ist kein Versaussetzung. Was macht es denn, wenn der Fluss ist? Ja, jetzt kommt's. Das ist die Versace. Untertitelung des ZDF, 2020